Als Unsicherheit bezeichnet man einen bewusst wahrgenommenen Mangel an Sicherheit oder an Reliabilität und Validität. Ein tatsächlicher Mangel an Sicherheit wird auch als Gefahr bezeichnet. Unsicherheit in der Entscheidungstheorie In der Entscheidungstheorie werden mit Unsicherheit zukünftige Umweltzustände beschrieben, für welche keine Wahrscheinlichkeiten vorliegen. Unsicherheit wird dabei in Ungewissheit, Risiko und Unwissen unterteilt. Bei der Ungewissheit sind die möglichen Auswirkungen bekannt, man verfügt jedoch nicht über Informationen zur Eintrittswahrscheinlichkeit. Beim Risiko ist als zusätzliche Information die Eintrittswahrscheinlichkeit bekannt, nicht aber der Zeitpunkt. Beim Unwissen sind auch die Auswirkungen der untersuchten Handlungsalternativen nicht vollständig bekannt. Die Entscheidungstheorie bietet verschiedene Methoden zur Entscheidung unter Ungewissheit. Entscheidung unter Unsicherheit und Entscheidung unter Risiko Die Anwendung mathematischer Modelle zur Repräsentation von Unsicherheit ist extrem schwierig. Selbstunsicherheit in der Psychologie Daneben gibt es die Bedeutung der Selbstunsicherheit als subjektiv-emotionaler Zustand eines Lebewesens infolge von fehlendem Vertrauen oder Ängstlichkeit im Gegensatz zur Selbstsicherheit. Dieser Zustand kann sich beim Menschen als Persönlichkeitseigenschaft in Vermeidungsverhalten äußern und wird in der Psychiatrie auch als Selbstunsicher vermeidende Persönlichkeitsstörung bezeichnet. Unsicherheit in Naturwissenschaften Beim Messen einer physikalischen Größe entsteht typischerweise eine Unbestimmtheit, die verschiedenste Ursachen haben kann. Sie wird als Messunsicherheit bezeichnet. Dass gewisse Messgrößen generell nicht gleichzeitig exakt gemessen werden können, ist ein fundamentales Prinzip der Quantenmechanik und findet seine Formulierung in der Heisenbergschen unschärfer Relation. Unsicherheit im Risikomanagement Die Normiso 31.000 definiert Risiko als Effekt der Unsicherheit auf den Grad der Zielerreichung. Unsicherheit wird hierbei mit dem gänzlichen oder teilweise Fehlen von Informationen beschrieben. Fußnoten W.I. Müller Risiko und Ungewissheit In Waldemar Wittmann Werner Kern Richard Köhler Hans-Ulrich Küpper Klaus von Wisotzki Handwirterbuch der Betriebswirtschaft Teil BEND 3. 5. Auflage Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre BEND 1. Schäfer Püschel Stuttgart 1993 ISBN 3-7910-8033-4 E. Katerina Svetlova Henk van Elst How is non-knowledge represented in Economic Theory? In Bilga Predat Alihan Kabalak Ungewissheit als Herausforderung für die ökonomische Theorie Nichtwissen Ambivalenz und Entscheidung Marburg Metropolis S 41-72 Selbstunsicher Ängstlich Gehemmt Unbeholfen Und kontaktscheu Volker Faust Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit Weiß Udo Risikomanagement Nach ISO 31.000 Risiken erkennen und erfolgreich steuern WKMIADIA GmbH und Mbko KG Augsburg 2012 ISBN 978-38276-29678-S WKMIADIA GmbH und Mbko WKMIADIA GmbH WKMIADIA GmbH WKMIADIA GmbH WKMIADIA GmbH